Das hier ist ein Tunnel der Hamas, der entdeckt wurde von der IDF, dem israelischen Militär. Und er ist gebaut worden, Menschen zu entführen, zu töten und zu kidnappen. Und die IDF hat ihn gefunden und unschädlich gemacht. Das hier ist ein Tunnel für die Hamas-Terroristen, die in den Zentrum von Israels zu bekommen. Diesen Tunnel ist ein sehr professionell, ein Tunnel zu verbinden. Man sieht auch die Konkretung rund um den Tunnel. Und sogar die Schrauben hier und der Boden sind mit der Konkretung, um den Tunnel zu dauern, in einem langen Zeitpunkt. Dieser Tunnel ist ein bestimmtes Ort in Israel, ein Zentrum des Settlementes, oder eine Stadt, oder ein Zentrum des Zivilisten. Terroristen müssen diese Tunnel entfernen, in dem Moment, dass sie es entscheiden können. Und dann nehmen sie die Bürger, sie zählen sie, sie zählen sie, sie zählen sie, sie zählen sie oder sie zählen sie. Das ist ein Problem damit. Eine Zwischenzeit und ultimatorische Musik von Tabor Kramilk-Aberkauf Aus dem Titelzentrum des Zivilisten in Israel Ansonnets 3.8m Untertitelung des Zivilisten Chirin Stband und Husserz und Stband und Husserz Bestätigen Chirin Bestätigen Chirin Bestätigen Chirin Bestätigen Chirin Bestätigen Chirin Bestätigen Chirin Untertitelung des ZDF, 2020